Du hast es fast geschafft, Psycho! Wir haben das Ding gleich! Oh, jetzt fegt er echt alles weg und vom Hölsch schnell! Oh! Okay! Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt recht wirklich treffen. Sehr gut! Er kriegt was ab! Er geht auf dich los, Psycho! Mach ihn fest! Du hast ihn! Lange macht er es nicht mehr! Ach du Gott! Ich fühl mich hier leicht überfordert mit der ganzen Situation! Okay, du hast deine Aufmerksamkeit! Jetzt greif ihn mit allem an was du hast! Jetzt hat er es geschafft, endlich! Oh yeah! Genauso macht man das! Jo, den hat es zerlegt! Oh Neil! Wegen dieses Code Blau! Vergiss es, Mann! Du bist zwar ein Arschloch, aber auch Arschlöcher haben manchmal recht! Gute Aura, Psycho! Wirklich gut! Oh, danke, Ma'am! Von Ihnen auch, O'Neill! Holen Sie den Behälter! Wir haben einen offenen Korridor bis zur USS Constitution! Verstanden, Ma'am! Laut und deutlich! Psycho, geh zum Behälter! Ich komme runter! Maximalist Stärke! Heiheihei! Wo? Laufen Sie zum Zengericht, starte! Erledigt, aktiviert! Okay! Dann schauen wir jetzt halt mal! Okay, komm Will! Okay, komm Will! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Was war das denn jetzt? Oh oh, lebt der Lied auch noch? Ich dachte wir haben den getötet. Nehmt den Senkrechtstarter, wir verschwinden! Na super. Wir nehmen es zur Rückentwicklung mit nach Korea. Können wir hocken hier drauf oder? Wie sieht es aus? Oh Neil, die Piloten sind erledigt. Bring uns hier raus! Sau geil. Überraschende Wendung würde ich mal sagen, wa? Na schon wieder. Das hatten wir ja erst im ersten Teil als wir auf General Kyung gestoßen sind. Oh, oh. Schaut gar nicht gut aus. Ich will jetzt kämpfen. Was ist das denn? Alter, zack. Warum ist es raus? Gut. Jetzt lebt der ja immer noch. Schönen hallo zu deinen Freunden. Das Drexding ist zu schwer. Ich brauche zusätzlichen Schub. Ich bin ja gespannt, was mit ihm passiert. Sehen tut er wahrscheinlich nix nur ohne Z-Brillen. Ich bin ja gespannt, was mit ihm passiert. Ach du liebe Zeit, das ist ja das Schiff aus dem ersten Teil. Oh, okay. Verdammt! Der Radarschirm ist voll! Da kommt ein Schwarm! Wir müssen hier raus! Schon heftig. Für Unsicht. Für Unsicht. Da kommt ein Krankenhaus! Endgültig. Ja, jetzt schon. JTAC, hier ist Sierra 2, der letzte Senkrechtstarter auf der Insel. Nehme Kurs auf die Constitution. Wir kommen nach Hause. Ah, jetzt hat vielleicht mal die Antwort auf das ganze Zeug. Haben Sie den Gefechtskopf entschärft? Typisch Numbit. Immer erst an die Mission denken. Jetzt holen wir sie hier erstmal raus. Was ist das bitte für ein Ende? Aber okay, wenn Sie meinen. Alles klar, okay. Gut, dann noch ein paar Wörter zum Abschluss. Dann lasse ich euch alleine mit den Credits. Erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt alle. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. War zwar ein kurzes Spiel, muss man dazu sagen, aber ich fand es genial. Ganz echt klasse. Und unser nächstes Projekt wird sein, Crysis 2. Ich weiß nicht, ob ich heute schon damit anfangen werde. Mal gucken. Auf jeden Fall. Das entscheide ich dann spontan. Ich hoffe jetzt, wenn ihr zugeschaut habt, wisst ihr ein Problem, was es zur Zeit gibt. Dass es mit dem Rendern nicht klappt. Komischerweise, dass irgendwie die Videos zwar mit voller Länge angezeigt werden, aber sobald man sie anschaut, dass dann zum Beispiel, wenn es 15 Minuten sind, dass es bloß 5 Minuten abspielt. Und wenn es beim Rendern, wenn ich das Video dann anschaue, dann spielt es nur das Bild ab, äh, nur den Ton ab und nicht das Bild. Das Bild bleibt dann ab einer bestimmten Stelle stehen. Und ja, deswegen komisch, finde ich. Aber naja, gut, ich versuche das jetzt zu klären alles. Dass es auch wieder einwandfrei funktioniert, dann wenn die Videos hochladen. Und dann, ja, hoffe ich halt. Wir sehen uns bei Crysis 2 wieder. Wenn die Videos euch gefallen haben, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert die Videos. Setzt sie in eure Favoriten. Abonniert mich. Gebt mir Feedback. Macht irgendwas. Bei Fragen einfach PN an mich. Ich schreibe euch da noch zu 1000% zurück. Werde die Fragen beantworten. Wenn es Fragen irgendwie zu meinem PC-System oder zu sonst was gibt, geht einfach auf meinen Kanal. Rechts bei Infos über diesen User steht alles geschrieben, was man wissen sollte über mich. Ja gut, dann in diesem Sinne. Macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich bei Crysis 2 wieder. Und ja, genau was ich noch sagen wollte. Falls ihr irgendwelche Let's Play Vorschläge habt, was ich spielen soll. Lasst mich wissen. Ich versuch's zu machen. Ich werde mich dann über dieses Spiel informieren, wenn ich's nicht kenne. Und ja. Wie gesagt. Gebt mir Daumen hoch. Und so weiter. Also in diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss, tschüss und bye bye. Euer Flashy. Wir sehen uns jetzt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018